Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge mit dem Obsidian-Blog Ja, heute machen wir eine Challenge und zwar machen wir heute die... Super Secret Settings Challenge Wie ich bin gerade mit dem Geek-Peep Packed mit Sounds Habe ich hier noch alle anderen möglichen Packs Ich finde das Pack ganz nice Vor allem der abfüßig aus wie ein Titan Ecker Gap Deer Gap aus Titan Aber heute machen wir die Super Settings Challenge in Bad Wars Das heißt, wenn wir einen Kill machen Einen normalen Kill, keinen finalen Kill Ändern wir den Super Secret Setting Ich würde sagen Leute, wir halten uns gar nicht lange auf Und join direkt in der Runde Leute, da sind wir auch schon in der ersten Runde drin Wir haben direkt einen Super Secret Setting drin Wie machst du denn aus? Du hast auch Warte, soll ich mal ein bisschen dancen? Hier, hier Hier Hier, hier Hier Wer hat den vollkopf? Was ist das denn? Ich kann das doch nicht einschätzen Ach mann Ich bin fünft Schon wieder Ich bin so dumm Bin ich dumm oder nicht dumm? Das ist die Frage Die kann ich mir nicht beantworten Ich glaube ich bin so dumm für dieses Super Secret Setting Ich glaube es nicht nur, dass es auch die Wahrheit ist Ich bin so dumm für das Super Secret Challenge Ich drücke nur F5 Weil ich das immer so gerne mache Thanks Ich drücke so gerne F5 Also das ist unser erstes Super Secret Setting Secret Setting ist jetzt so Grafikveränderung? Ich wollte schon fast Verschönerung sagen Aber das ist ja nicht ganz richtig Ich meine, man verschönert damit ja nicht unbedingt nur Ich kann grad nicht einschätzen, wie weit der irgendwo oben ist Wo? Er fliegt! Vielleicht hab' ihn Gott leider Hey, da hat schon gar nichts geändert Ich will was mit dem Nein Komm, wir klatschen wieder Klatschen wieder Boah, wir haben geklatscht Gott, ich sammle Gold ein Ich kollekte Gold Blöcke Warte ich mal Nein Sie wird tot Suicide Und lieber Halt Stopp Ungeladen Schwert Äh Ja Ist klar So So Sind wir in der nächsten Runde drin Ist schon wieder der gleiche glaube ich Nur Was doof ist Ich kann halt wenig sehen Junge Das ist doch richtig Das ist Fernseher Junge Das ist doch Fernseher Ja Also mach mal das doch Wenn man etwas davor erzählt Junge Alter Junge Junge Oh Das sieht so schrecklich aus Es ist so ungewohnt Es ist so ungewohnt Es ist so ungewohnt Es ist so ungewohnt Wenens haben wir ein paar super 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 Sekret Was Hohohoho K.A. wegen Angst allein Was heißt eigentlich K.A.? Keine Ahnung. Ach, bin ich doof. Ich habe auch K.A. von diesem Zeug, Junge. Komm. Er ist nicht tot. Das lag einzig und alleine an dem Ding. Ich habe einfach gar nichts gesehen. Ich konnte nicht anschätzen, wo der ist. Was tut. Die Fanta ist bad. Du kannst gar nichts. Junge, ich glaube, der immer noch lebt. Mann, der hat ja auch mehr Glück als Verstand. Junge, es ist halt so mies. Ich kann es halt nicht sehen. Wer ist da unten? Oh ja, ich darf es endlich ändern. Creeper. Das ist grün. Oh Gott, ich wusste, dass das jetzt grün wird. Äh. Toll, was ist das gemacht? Die Liebte sagt, ich darf noch nicht durchkommen. Hä? Der ist da oben, der Strong-Crab-Toms? Statt. Ich dachte, er war unser Bett ab. Genau so. Loll, hab ich den jetzt erstes mitgekickt. Loll, jetzt darf ich das ändern. Kommt jetzt so kurz, sieht das halt nicht cool. Beide ist auch cool. Ja, moin. Läuft auf jeden Fall bei mir. Äh. Ich komme auf jeden Fall damit klar, dass ich nix sehe. Äh, ich kann kein Schreiben, was ich in Challenge mache. Aber irgendwie, das ist doch nicht cool. Fuck, verdammt. Was soll ich ehrlich zu sein? Ich wurde es wunderbar, wenn ich so einen Kill machen würde. Wobei, ich kann was sehen. Warte, kann ich so mal bauen? Äh. Hä? Das ist ja komplett verwirrend. Ich habe ein bisschen Gold. Es sind vielleicht Klatsche stehen da. Jungen, was wird der? Äh, das ist zu verwirrend. Und ich kann nicht bauen. Das kann ich nicht. Das ist zu verwirrend. Jungen, das ist zu verwirrend. Hä? Jo. Es ist so mies, Jungen. Wir ändern's auch direkt. So, so. Ne, notch. Bist du Labimod? Das war ein Geschenk. Ne, mal, da hat der Labimod. Ich mag's bei anderen Labimod wieder zu dansen. Macht immer viel Spaß. Was? Die Junge, baut doch nicht gerade hoch. Das ist doch nicht so. Sind alle, sind allen strebend. Sind allen strebend. Sind allen strebend. Ist das auszunutzen. Die Junge, bin ich hier gerade Wissenschaftler geworden, oder was? Warte, Junge. Bruder, ich dance jetzt. Bau. Bau, mein Freund. Bau. Äh, ich glaube, ich geh lieber bad. Bad. Ehrengott. Ehrengott. Mark, dein Skin ist ein süßer. Junge, ich find den Skin voll hässlich. Flürzen, der sieht ja noch besser aus als dieser Skin, Junge. Junge, Junge, Honigbär. Ist doch easy. Ist doch easy. Ist doch einfach. Er kann nix? Vielleicht brauchst du? Du gehst mit der Spicke, Picke, mit der Spicke, Junge, easy, jetzt darf ich endlich mal ein Super Secret Setting ändern, weil ich schon mal eine Kiss mache, Junge. Nee, jawoll. Ich kann nicht einschätzen, oh mein Gott, ich sehe gar nichts, ich habe gar nichts gesehen, flirten sie klingt uns. Hey, wie ist denn jetzt flirten sie? Ach, das ist das flirten sie, ich kann die gar nicht erkennen. Ich gehe mal auf der Seite. Ich weiß nicht, wen ich hauen muss. Wer bist du? Ich kann halt einfach nichts sehen. Junge, der danzt da ein bisschen rum, Junge. Du kannst hier danzen, während ich nichts sehe. Ich kann nichts erkennen, Junge, ich will den Kill machen. Das ist ja mega. Ehrengott kommt. Ehrengott. Das ist das Cheat, was wir machen. Tu was! Danke für den afk-saalen, du, wenn wir jetzt sterben. Oh mein Gott. Thanks. Thanks for, for the helping, dass wir sterben. Thanks. Junge, ich schreib noch mal thanks, Junge. Junge, das hätte doch nicht sein müssen. Junge, dafür spriefe ich dich. Dafür spriefe ich dich, Junge. Das hättest du verdient, du. Good one. Wegen dir sind wir tot. Junge, ich will dich spriefen. Und wir werden dich am Ende für Trollen gewandt. Bleib wenigstens schneller. Oh, da ist gelb. Wieso habt ihr so viele Freunde, hä? Warum? ich dachte der sagt es wegen meinem krassen skill weil ich so krassen skill ich kann diese bautaktik sie ist lustig schieß aber sie klappt nicht bei ihm ich bin ich blöd warum sag ich hier gibt in dem fall gar keinen sinn ich habe eigentlich nicht aufgepasst oder was tot und schaut euch das mal an du läufst falsch das kannst du nicht ich muss falsch laufen weil ich so ein fucking super secret setting drin habe damit gar nichts erkennen kann einmal ist auf der map jeder zu uns geräuschung direkt alle so aggressiv hol du dir gold ich ich helfe kein gold gold safen ist nicht meine natur junge wie kommt man denn hier hoch müssen wir mal einen besseren weg bauen ich glaube ich kaufe mir tatsächlich ein schwert auch wenn das nicht so meine spielart ist dann muss ich machen ich meine ich muss das mal um gegner mein gott ich hab ihn einmal gehittet oh mein gott ich hab ihn einmal gehittet junger das sieht mir jetzt normal aus ich hab das gefühl das hatten wir schon kann ich mir nicht auch auf die gegner erkennen warum hab ich das endstein gekauft ist eine gute frage frage dass ich mich nie beantworten können nein so das ist zu dem dem super secret setting screen challenge video ich hoffe es hat euch gefallen falls noch mehr challenges wollt challenge ideen habt schreibt es in die kommentare dabei ist es doch ein 1 2 1 2 gegen den guten im klärtig der eigentlich alles alles und jedenfalls diskursen mit diskursen also würde ich sagen mit dem obi obi blog ob die die kanale das erweiter ob die den kanal wenn ihr auch mein kopf kürzt wird und ich würde sagen das war's mit dem obi blog ciao so 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 so